Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Review über den ersten Manga-Band des Mus-Red-Manga, das ist der hier von Bono Fujisawa, welcher 2019 in Japan startete und hierzulande im Dezember letzten Jahres durch Grunge World Manga dann eben auch hier erschienen. Bislang besitzt das Werk, welches in einer alternativen Version des Tokio im Jahr 1923, in welcher Vampire existieren und eine spezielle Organisation namens Code Zero damit beauftragt ist, diese zu bekämpfen, drei Bände in Japan, wovon bislang zwei Bände in Deutschland erschienen sind. Vielen Dank auch an WhatsApp-Johnny, unserem neuen Partner rund um Manga und Co. Ohne die gäbe es wahrscheinlich diese Review nicht, also geht mal in die Videobeschreibung, dort habe ich die Webseite mal verlinkt, schaut euch mal um und vielleicht findet ihr ja den einen oder anderen Manga, der euch gefällt. Aber nun geht's los! Durchaus gibt es einige spannende Momente und Überraschungen, doch die Handlung von Mus-Red ist für meine Verhältnisse eher solide und interessant gehalten, als wirklich fesselnd. Dafür fehlt mir persönlich die Neugierde, was als nächstes passiert. Es gibt nämlich nicht wirklich einen Spannungsbogen, welcher mich persönlich dann hätte fesseln können. Das kann natürlich bei dir anders ausschauen. Dabei ist die Geschichte des ersten Bandes ganz gut. Es fehlt nur das gewisse Etwas noch, um mich persönlich eben zu fesseln. Vielleicht bin ich aber auch einfach mit der falschen Erwartung an den Manga-Band herangegangen. Ich habe eine moderne mystische Geschichte mit etwas Hauch von Dance in the Vampire Bund erwartet und bin einfach hier enttäuscht worden. Wahrscheinlich liegt es auch eher an mir deswegen. Die Geschichte muss sich aber auch erst noch entfalten. Bislang haben wir ja nur eine kleine Hintergrundgeschichte mit einem Auftakt zu sehen bekommen. Die eigentliche Reise beginnt ja erst noch mit Bank 2 und eben den folgenden. Masswet besitzt auch schon im ersten Band einen reichhaltigen Inhalt. Dieser behandelt im Groben gesagt Themen wie menschliche Beziehungen, Konflikte zwischen Regierung und Militär und ethische Fragen im Zusammenhang mit der Jagd auf Vampire. Es ist auch interessant zu sehen, wie der Manga mit der japanischen Geschichte und Kultur spielt und diese in die alternative Realität des Mangas einbezieht. Das Ganze erleben wir mehr oder weniger zusammen mit dem Charakter Maeda, das kommt zwar hier noch nicht vor im ersten Band, aber das weiß ich, einen ehemaligen Vampir, der in der Einheit Coziro arbeitet, sowie anderen Charakteren in der Einheit. Im ersten Band erleben wir den Auftakt allerdings zuerst aus den Augen von Aoi, einer Reporterin, welche die Hintergründe einer grausamen Mordserie aufklären möchte. Ihr dürft dreimal raten, wer diese Mordserie begeht. So wie ich das bisher interpretiert habe, wird später die Themen, politische Intrigen und Geheimnisse noch überhand nehmen und Maeda, so wie es seine Kollegen versuchen müssen, die wilden Vampire, so nenne ich sie jetzt einfach mal, zu stoppen. Die Charaktere sind wirklich gut geschrieben und haben tiefe Persönlichkeiten, zumindest macht der erste Band diese Hoffnung, denn hier ist es wirklich gut geschrieben. Dass die Charaktere jeweils ihre eigene Hintergrundgeschichte und Motivation verpasst bekommen, welche im Laufe der Serie dann enttüllt werden, das zeigt schon der erste Band nämlich, mit den Charakteren Yamagami und Kursu. Die übrigen Mitglieder der Einheit Coziro sind ebenfalls interessant und haben ihre eigenen einzigartigen Persönlichkeiten. Das ist auch einer der Dinge, die ich wirklich an diesem Werk mag. Gleich zu Beginn bekommt der Leser den vollen Einblick in die Charaktere, wenn auch erstmal nur oberflächlich. Das reicht aber auch schon für den Moment, denn etwas muss man ja auch noch für später haben. Die Darstellung in Mars Red ist sehr gut gelungen und passt gut zu den düsteren Settings der Serie. Die Charaktere sind detailliert und die Hintergründe sind gut gezeichnet und wirklich detailliert. Die Szenen sind zwar bislang nicht ganz so spannend, wie ich es mir vorgestellt habe, dafür aber leicht zu verfolgen, was wiederum auch positiv ist. Momente, in denen die Panels überladen waren oder es schwer wurde, den Überblick zu behalten, habe ich persönlich jetzt nicht gemerkt. Doch das ist wahrscheinlich auch dann Ansichtssache. Kommt darauf an, wie aufmerksam ihr seid. Grundsätzlich hat mich die Darstellung durchaus überzeugt. Düster und doch realistisch gefällt mir. Die Schreibweise, also die Dialoge der Charaktere sowie die Inszenierung an sich ist sehr gut. Die Dialoge sind einfach aber passend geschrieben und passend zu den Persönlichkeiten der jeweiligen Charaktere und tragen dazu bei, die Charaktere sowie ihre Motivation zu entwickeln. Es gab zwar einige Momente, in denen die Handlung mir persönlich zu langsam vorangeschritten ist, doch im Groben und Ganzen hat es mir gefallen, auch wenn ich nicht ganz so warm geworden bin mit der Thematik und der Art der Erzählung. Kommen wir nun zu meinem Fazit bezüglich des ersten Bannes von Mars Red. Der Manga ist interessant gehalten und besitzt eine originelle Herangehensweise an die Vampir-Thematik. Gerade der Aspekt, dass hier der V-Virus, also der Vampir-Virus der Überträger ist, hat mir sehr gefallen. Mars Red ist eines von wenigen Werken, das mehr als nur, du wirst gebissen und bist dann halt ein Vampir, an den Tag legt. Die Charaktere sind interessant gehalten und die Darstellung wirklich gelungen. Biswein kann die Handlung jedoch manchmal stocken und verwirrend sein, zumindest mal kam es mir hier so vor. Der Manga ist definitiv aber für Fans von Vampiren und Politintrigen zu empfehlen. Vielen Dank nochmal an WhatsApp-Johnny für die Bereitstellung dieses Bandes. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Vielen Dank, wenn ihr die Jungs unterstützen möchtet. Unten in der Videobeschreibung befindet sich die Webseite und ein Link dazu. Schaut mal vorbei, ist ein richtig geiler Dude. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich persönlich über einen Daumen nach oben, einen Kommentar zum Manga bzw. eben allgemein zum Video sehr freuen in den Kommentaren. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mich natürlich abonnieren. Dazu einfach auf abonnieren klicken. Klickt dann aber auch die Glocke an und stellt sie manuell für alle Benachrichtigungen, um kein Video mehr zu verpassen. Wenn ihr mich weiter unterstützen möchtet, ich habe eine Patreon-Seite und auch noch andere Sachen. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's nicht gut, macht's besser. Ciao! Ciao! Ciao!